Oktober 1198 in König Philipps Heerlager vor Köln In Philipps Heerlager brachte der Wind die Fahne auf dem Zelt des Königs zum Flattern. Konrad blickte hoch und dachte, gleich wird der Adler davonfliegen. Er war mit Meister Jakobus zum König bestellt worden. Seit Johannas Verschwinden waren die Träume der Königin zurückgekehrt, und es gab keinen, der ihr helfen konnte. Es ging das Gerücht, dass die Königin im Traum einen Löwen mit Ottos Gesicht gesehen hatte, der über die Kölner Stadtmauer gesprungen sei. Der Löwe hatte die mächtigen Kirchtürme mit seinen Pranken zertrümmert, hatte Feuer gespuckt und die prächtigen Kaufmannshäuser verbrannt. Brennende Schiffe hatte die Königin im Traum auf dem reinen Treiben sehen, mit blutdurchtränkten Segeln. Man erzählte sich im Lager, dass sie Philipps toten Körper in einem der Schiffe hatte liegen sehen, und ein großer Vogel hätte sein Gedärm gefressen. Königin Irene versuchte seitdem, ihren Mann davon abzuhalten, Köln einzunehmen und Otto aus der Stadt zu verjagen. Der König hatte Dame Engeltrud und Vater Ambrosius angefleht, Dame Johanna herbeizuholen. Doch Johanna war selbst nach unzähligen Gebeten und Messen unauffindbar geblieben. Konrad saß mit Jakobus im Vorzelt und fragte sich, was der König wohl von ihm wollte. Sie saßen schon eine ganze Weile auf den schmalen Hockern, als plötzlich ein Mann in das Vorzelt gestoßen wurde. Zwei Soldaten hielten seine Arme umklammert. Er machte ein finsteres Gesicht. Der Wachsoldat meldete ihn beim König. Der Gefangene wurde ins Hauptzelt gezerrt. Ich kenne den Mann. Heißt er nicht Gunther? Er gehört zu Wolfram von Isenbergs Gefolge. Der Herr mit der Kopfverletzung, der nie auf meinen Rat hören wollte, flüsterte Jakobus. Ihr habt recht. Ich möchte wissen, wo er steckt, flüsterte Konrad erregt zurück. Nicht nur er stellte sich diese Frage. Im Zelt des Königs wurde Gunther eben diese Frage gestellt. Die Stimme des Königs war so zornig, dass die Männer im Vorzelt erschrocken zusammenzuckten. Was heißt hier, du hast ihn gesucht? Warum bist du nicht bei deinem Herrn geblieben? Nennst du das Treue? Wo ist die Aufstellung der Truppenstärke? Sollen wir es aus dir herausprügeln? Ein Ratgeber des Königs wollte nun anscheinend das Wort ergreifen. Er räusperte sich, um auf sich aufmerksam zu machen. Mein König, vielleicht weiß der Kerl wirklich nichts. Wenn der Ritter verschwunden bleibt, müssen wir ohne die Informationen angreifen. Wahrscheinlich haben sie ihn erwischt und er baumelt längst an der Stadtmauer, sagte eine ruhige, tiefe Stimme. Er war einer meiner besten Ritter. Ich werde diesen widerlichen Kerl auspeitschen lassen, bis er erzählt, was passiert ist, rief der König. Meister Jakobus beugte sich vor und wisperte. Blutig peitschen. Haben wir genügend Verbandszeug? Der Gefangene im Hauptzelt jammerte gerade. Mein König, ich musste meinem Herrn doch den Rücken frei halten. Ich kämpfte gegen ein Dutzend schwer bewaffneter Verfolger und hinderte sie daran, ihm nachzusetzen. Konrad schnaufte verächtlich und murmelte. Angeber. Doch dem König schien diese Erklärung zu genügen. Er klang nun schon viel ruhiger. Wir werden umkehren. Ohne die Informationen über die Truppenstärke Ottos und die Bemannung der Stadttore können wir Köln nicht einnehmen. Wir werden ein paar kleinere Städte niederbrennen. Vielleicht Bonn, Rehmagen und dieses trostlose Kaff Andernach. Als Warnung an Otto, damit er sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegt. Sein Ratgeber traute sich, einen Einwand zu erheben. Aber so wird es nie zur Entscheidungsschlacht kommen, mein König. Glaubt ihr wirklich, dass eine gewonnene Schlacht die Entscheidung bringt? Kein einziger welfentreuer Fürst würde nach einem Sieg der Staufer die Seite wechseln. Es würde sie kaum beeindrucken. Sie laufen nur zu mir über, wenn sie sich einen Vorteil davon versprechen. Wir müssen sie nach und nach durch Diplomatie weichklopfen. Ach, schaff den Mann raus. Er soll seinen Herrn suchen. Wehe ihm, er kehrt noch einmal ohne ihn zurück, entschied König Philipp. Der Gefangene wurde nun nicht mehr festgehalten, sondern stolperte ohne seine Wachen durch das Vorzelt. Er war ganz blass, doch war ihm die Erleichterung deutlich anzusehen. Konrad sprang auf und stellte sich ihm in den Weg. Hast du auf deinem Weg eine braunhaarige Hofdame getroffen? Ich meine die, die deinen Herrn am Krankenlager besucht hat, Dame Johanna. Niemand weiß, wo sie ist. Gunter zögerte, dann brummte er leise. Es wird meinem Herrn nicht gefallen, dass sie verschwunden ist. Ich werde in den Wäldern rings um Köln nach ihr Ausschau halten. Wahrscheinlich ist sie längst tot. Sie kann da draußen nicht allein überleben. Als er fort war, dachte Konrad über seine Worte nach. Meister Jakobus legte ihm tröstend die Hand auf den Arm. Doch Konrad schüttelte sie ab, da in diesem Moment der Edelknappe des Königs erschien. Der König musste sich nun zum zweiten Mal an diesem Tag mit dem Verschwinden von Gefolgsleuten befassen. Es würde seine Laune nicht gerade verbessern, dass Dame Johanna immer noch verschollen war und sein Hofmedikus nichts gegen die Träume seiner Frau ausrichten konnte. Adalas und Säftelehre konnten Johannas Heilkraft nicht ersetzen. Jakobus wusste das und Konrad hoffte, er würde die richtigen Worte finden, um es dem König begreiflich zu machen. Doch der Blick des Königs ruhte auf ihm. Konrad erhob sich von seinem Kniefall und sah in das müde Gesicht des Königs. Gespannt sog er die Luft ein. Warum sah der König ihn so an? Hatte er etwas verkehrt gemacht? Sein Herz klopfte heftig und sein Magen verkrampfte sich. Einen Moment lang befürchtete er, der König wäre zornig auf ihn. Dann lächelte der König freundlich und sagte, Wer ist das? Oh, ich weiß. Das ist der Bursche, der sich so gut um meinen Hengst gekümmert hat. Hat er den violetten Eidechsenmantel als Lohn erhalten? Konrad atmete erleichtert aus und nickte stumm. Es war nicht der Moment zu sagen, dass der Kämmerer es vergessen hatte. Philipp hatte sich an ihn erinnert. An ihn, den kleinen Helfer des Hofmedikus. Konrads Herz schlug noch immer bis zum Hals, nun jedoch aus Begeisterung für seinen großmütigen König. Oktober 1198 in einem Wald vor Köln. Ein ungemütlicher Nieselregen hatte die beiden Frauen dazu bewogen, ein größeres Zelt aus Tüchern und Ästen zu errichten. Sie bauten eine Art Vordach auf Stelzen und dachten sogar an einen Rauchabzug für das kleine Feuer. Nun hockten sie zusammengekauert darunter und blickten auf die dunstig verhangenen Tannenwipfel. Der feine Regen wurde vom Wind in Schleiern über den Platz getrieben. Sie hielten dampfende Becher in den Händen. Mechthild dachte an den vergangenen Nachmittag zurück. Salvatore hatte Anselm mit ihrer Hilfe in den Wagen getragen, den er zuvor entrümpelt hatte. Sie hatte fasziniert dabei zugesehen, wie braune Flaschen, Schlangenhäute und zerfledderte Bücher ins feuchte Moos geflogen waren. Als getrocknete Spinnen, Raubtiergebisse und Nagetierknochen gefolgt waren, hatte Johanna entsetzt aufgeschrien. Doch nun hatte sie sich anscheinend wieder von ihrem Schreck erholt, wirkte jedoch noch immer misstrauisch, denn sie roch skeptisch an ihrem Becher. Salvatores Stärkungstrunk abzulehnen hatte sie nicht gewagt. Er hatte ihn eigentlich für Anselm zubereitet und dann gleich genug für alle gekocht. Obwohl es scheußlich roch, hatte auch Mechthild sich nicht getraut, ihn abzuweisen. Bei diesem kühlen Wetter war es klug, sich gegen Krankheiten zu schützen. Sobald Anselm reisefähig war, wollten sie weiter nach Köln. Doch er war noch sehr schwach. Salvatore hatte Mühe, ihn zum Trinken zu bewegen. Mechthild und Johanna konnten seine aufmunternden Worte hören. Sie klangen aus dem Wagen zu ihnen hinüber. Er spricht mit ihm wie mit einem kleinen Kind, kicherte Mechthild. Eher wie mit seinem Äffchen. Johanna nahm vorsichtig einen ganz kleinen Schluck aus dem dampfenden Becher. Es schmeckt scheußlich, was hat er denn da hineingemischt, keuchte sie und stellte den Becher ungeschickt ab. Durch das dicke Leder des Handschuhs gedämpft, gab es ein dumpfes, hohl klingendes Geräusch. Mechthild wusste sofort, dass es nur der Ring verursacht haben konnte. Sie fragte möglichst unbefangen, Warum tragt ihr diesen Ring unter dem Handschuh? Kann ich ihn mal ansehen? Mechthild hatte schon gemerkt, dass Johanna ihre Handschuhe nur sehr ungern auszog. Mechthild hatte sie zu gern gefragt, wie es zu der Verbrennung gekommen war. Doch hielt Tante Heratz Stimme sie davor zurück? Johanna legte eine Hand schützend über die Stelle, an der sich unter dem Handschuh der Ring befand, und schüttelte heftig den Kopf. Es ist ein Liebespfand, darum versteckt ihr ihn, habe ich recht, rief Mechthild triumphierend. Johanna knurrte etwas Unverständliches und führte ihren Becher wieder zum Mund. Mechthild fühlte, dass sie an diesem Abend nicht mehr erfahren würde, ob auch edle Hofdamen ihr Herz verloren. Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter gebessert. Salvatore war noch vor den anderen aufgestanden, um Pilze im Wald zu sammeln. Beunruhigt hatte Johanna beim Aufwachen nach ihm gesucht. Sie hatte auf die dichten, dunklen Tannen gestarrt und sich gefragt, ob die Götter ihn geholt hätten. Als er endlich zurückkam, stellte sie erleichtert die Schüssel Getreidebrei ins Moos und lief ihm entgegen. Atemlos erklärte Salvatore, dass er viel tiefer in den Wald geraten war, als er beabsichtigt hatte. Salvatore setzte sich auf den Baumstamm und wischte sich seufzend die Stirn. Unten an Baches, Trinkplatz für Wild, Ort mit Magica, ist uralte Platz von Götter. Salvatore hören sie in Falle von Ursus, machen böse Geräusch. Er nahm den Korb, der randvoll mit Pilzen gefüllt war, und kroch in den Wagen. Dann schlug er noch einmal das Tuch zurück und rief ihnen zu, Mache gute Suppe, Signorine sammeln Holz für Feuer. Die Signorine sind schon unterwegs, flötete Mechthild und hangelte sich einen großen kaputten Korb aus dem Wagen. Johanna hob ergeben ihre Röcke und folgte ihr vorsichtig durch das tiefe Laub. Eigentlich wäre sie viel lieber bei Salvatore geblieben und verspürte nicht die geringste Lust auf magische Orte, Bärenfallen und uralte Götter. Sie wollte nirgends hin, wo es böse Geräusche gab. Schon der Gedanke an den unheimlichen Zauberwald ließ eine Gänsehaut über ihren Rücken wandern. Doch sie wollte Mechthild nicht enttäuschen. Sie hatte noch nie jemanden wie sie getroffen. Es war schön, mit ihr so vertraut zu sprechen. Seit Gundas Tod hatte sie sich nicht mehr so wohl mit einem anderen Menschen gefühlt. Mechthild sollte sie auf keinen Fall mehr für eine empfindliche und verwöhnte Gans halten. Das Unterholz wird immer dichter. Wir folgen lieber dem Bachlauf. Vielleicht stoßen wir auf die Falle. Ich wollte schon immer einen Bären sehen, flüsterte Mechthild verschwörerisch. Salvatore hat gesagt, dass es gefährlich ist. Dort gibt es einen heidnischen Zauber. Wir dürfen da nicht hingehen. Ich habe am Hof schon dressierte Tanzbären gesehen. Selbst zahm und in Ketten sehen sie fürchterlich aus. Mechthild tat Johannas Einwand mit einem Schulterzucken ab. Im Gegenteil, sie beschleunigte ihre Schritte noch, sodass Johanna fast nicht mehr folgen konnte. Sie stolperte über Äste und verfing sich in herabhängenden Zweigen. Als sie schon ganz außer Atem war, blieb Mechthild endlich stehen und legte warnend ihren Finger an den Mund. Johanna lauschte angespannt, aber sie konnte nichts hören. Mechthild winkte sie weiter. Johanna stolperte über einen Zweig. Da stieß Mechthild einen leisen, triumphierenden Schrei aus und wies auf einen unscheinbaren Haufen von zerbrochenen Ästen, die sich wie Arme in die Höhe streckten. Hier schien der Wald noch finsterer zu sein, und die Sonnenstrahlen fielen in steilen Bahnen durch die hohen Baumkronen. Seltsame Schatten huschten über den Boden. Es sah aus, als würde der Haufen Zweige sich bewegen. Johanna wollte sie zurückrufen, doch Mechthild ging ohne zu zögern auf die Bärenfalle zu. Sie zerrte ein paar Äste zur Seite und legte sich auf den Bauch. Vorsichtig spähte sie in das tiefe Loch unter ihr. Sie rief etwas in die Dunkelheit hinein und lauschte dann gespannt. Johanna fühlte, wie schon wieder eine Gänsehaut ihren Rücken überzog. Es waren eindeutig menschliche Laute, die aus der Falle kamen. Es mussten die Seelen von Ungläubigen sein. Salvatore hatte doch recht gehabt. An diesem verwünschten Ort herrschten die alten Götter. Gleich würden sie Mechthild in die Tiefe ziehen. Doch Mechthild sprang auf und rief ihr zu. Kommt, seht euch diesen netten Fang an. Da wird der Besitzer der Bärenfalle staunen. Sie klang so amüsiert und unbeschwert, dass Johanna vorsichtig näher kam. Mechthild grinste über das ganze Gesicht. Da, seht selbst. Ich hätte gedacht, der Verräter wäre längst bei König Philipp und würde ihm die Ergebnisse seiner Erkundungen mitteilen. Doch Gott hat ihm ein Bein gestellt. Johanna riss erstaunt ihre braunen Augen auf. Sie hatte noch nie einen Verräter gesehen und beugte sich neugierig über den Rand der Falle. Erst sah sie nur schwarz, doch dann konnte sie den Mann erkennen. Sie erschrak so sehr, dass sie fast selbst in das Loch gestürzt wäre. Mechthild packte sie im letzten Moment und riss sie zurück. Seid vorsichtig. Oder wollt ihr dem Kerl unbedingt Gesellschaft leisten? fragte Mechthild erschrocken. Ich kenne ihn. Es ist der Ritter, von dem ich den Ring bekommen habe, flüsterte Johanna erregt. Nun war es Mechthild, die erstaunt die Augen aufriss und rief, Von ihm? Ihr habt den Ring von diesem Mann? Steht etwa ein Segensspruch darin? Gott mit den Lommersbachern? fragte Johanna kleinlaut und verwirrt. Mein Ring! Es ist mein Silberring! Er hat euch meinen Ring geschenkt! Vor Empörung musste Mechthild einen Moment nach Luft ringen. Aber wieso? Wieso? stotterte Johanna hilflos. Mechthild runzelte die Stirn und antwortete leise. In den Wirren dieses Frühjahrs ist er ihm in die Hände gefallen. Er trug den Ring, als ich von dem Ehevertrag erfuhr. Ihr seid die reiche Mitgift? Wolfram von Isenberg hat die Verlobung mit mir gelöst, um euch zu heiraten. König Philipp hatte es so befohlen. Wolfram hat mir später aus Reue diesen Ring geschenkt. Ich bin keine reiche Mitgift, und mit eurem König Philipp habe ich nichts zu schaffen, sagte Mechthild etwas eingeschnappt. Dann kaute sie auf ihrer Unterlippe herum und fuhr nachdenklich fort. Wolfram von Isenberg? Unsinn! Das ist Gottfried von der Heide. Ich kenne sogar seinen Vater. Der Alte ist den Welfen treu ergeben und weiß bestimmt nichts vom Verrat seines Sohnes. Eine gedämpfte Stimme meldete sich plötzlich aus dem schwarzen Loch. Dame Mechthild, mit wem redet ihr da? Ist es dieser Anselm oder ist es Gunther? Verflucht, wer auch immer es ist. Sagt ihm, er soll mich hinaufziehen. So ein Pech! Ihr seid zwar gefunden worden, aber noch lange nicht gerettet. Hier oben sind nur zwei schwache Frauen, rief Mechthild hinunter. Johanna war beim Klang seiner Stimme zusammengezuckt und sie begann zu schwitzen. Ihr Herz raste und ihre Gedanken überschlugen sich. Was der Mann auch getan hatte, keiner hatte es verdient, in einer Falle zu verenden. Sie richtete ihre Augen auf Mechthild und flüsterte. Wir können ihn nicht dort unten verhungern lassen. Doch Mechthild ließ sich nicht beirren. Sie schüttelte nur den Kopf und wisperte zurück. Los, sagt ihm, was ihr von Rittern haltet, die das Eheversprechen brechen. Als Johanna zögerte, schubste Mechthild sie zum Loch und sagte mit lauter Stimme, Hier ist jemand, der euch etwas sagen möchte. Johanna warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu und rief, er zaghaft nach unten, Welche Entscheidung wird der Herbst bringen? Dann trat sie erschrocken über ihre eigene Kühnheit einen Schritt zurück. Wie war sie nur auf diese unsinnige Frage gekommen? Es lag sicher daran, dass sie sich selbst diese Frage die letzten Wochen immer wieder gestellt hatte. Es war einen Augenblick lang so ruhig, dass sie den Wind in den Bäumen rauschen und den Bach gurgeln hören konnten. Dame Johanna? Durchbrach eine unsichere Stimme die Stille. Johanna nickte, als wenn er sie sehen könnte. Mechthild lehnte sich über das Loch. Ihr habt die Frage nicht beantwortet. Überlegt euch die Antwort gut, denn eure nächste Mahlzeit hängt von ihr ab. Die Entscheidung für den wahren König. Die Entscheidung für König Philipp, kam es zögernd von unten. Mechthild sah Johanna fragend an. Johanna flüsterte. Ich dumme Gans. Ich habe gehofft, er wollte durch den Ring die Verlobung erneuern und mich im Herbst heiraten. Aber er sprach nur von Politik. Er wollte nur abwarten, welcher König sich durchsetzen würde. Wenn sich das Reich für einen König entschieden hätte, dann hätte er sich für die Braut auf der richtigen Seite entschieden. Als wären wir Handelsware, zischte Mechthild empört. Vielleicht war er am Anfang noch unsicher, welche er vorziehen sollte. Doch ich glaube, seine Liebe zu Philipp ist echt, erklärte Johanna leise. Und seine Liebe zu mir ebenfalls, fügte sie in Gedanken hinzu, obwohl alles gegen diese unsinnige Hoffnung sprach. Gottfried wurde anscheinend nervös. Es war die falsche Antwort, nicht wahr, rief er ängstlich zu ihnen hoch. Wir werden jetzt gehen. Damen pflegen keinen Umgang mit Verrätern. Verräter, die überall ihre Finger drin haben, sollten lieber sicher verwahrt werden, sagte Mechthild. Ihre Stimme hatte einen harten Klang. Johanna sah sie erschrocken an. Gottfried versuchte es ein letztes Mal. Johanna, Johanna hört nicht auf dieses Weib. Ihr müsst mir helfen. Tut es für König Philipp. Holt ein Seil und knotet es an einem Baum fest. Johanna wollte etwas erwidern, aber Mechthild zog sie fort. Als Johanna protestierend die Hände hob, machte sie eine beschwichtigende Geste und flüsterte. Wir kommen zur Bärenfütterung wieder. Und zur Salvatore sagen wir kein Wort über das Bärchen. Johanna fühlte sich erleichtert. Mechthild war doch nicht roh und herzlos. Mechthild und Johanna kamen erst am späten Nachmittag dazu, ein zweites Mal zu der Bärenfalle zu gehen, denn Salvatore sollte ihren Waldspaziergang nicht bemerken. Sie mussten warten, bis er mit dem Wechsel des Verbands und dem Reinigen der Wunde beschäftigt war. Anselms Wunde hatte sich entzündet und erfieberte. Doch wie Johanna hielt auch Salvatore das Eitern einer Wunde für einen guten, reinigenden Effekt. Er machte sich gut gelaunt und pfeifend daran, die festgetrockneten Leinenbeutel von Anselms Wunde zu ziehen. Das Geräusch war furchtbar, und Mechthild hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten. Sie war froh, dass Salvatore sie nicht um ihre Hilfe bat. Mechthild verbarg sorgsam das große Stück Hartkäse und die schrumpeligen Äpfel unter einem Tuch im Korb. Und Salvatore wurde nicht misstrauisch, als die beiden Frauen hinter den Büschen verschwanden. Sie konnten sein vergnügtes Pfeifen noch hören, als sie bereits am Bach waren. Diesmal lief Mechthild nicht vorweg, sondern sie gingen nebeneinander. Manchmal musste eine von ihnen einen überhängenden Ast zur Seite biegen oder über eine Pfütze springen. Mechthild bemerkte, dass Johanna immer schweigsamer wurde. Als sie fast an der Bärenfalle waren, blieb Johanna plötzlich abrupt stehen und schüttelte den Kopf. Ich gehe nicht mit. Ich werde hier auf euch warten. Aber warum? Es ist doch unser Geheimnis. Was ist denn plötzlich mit euch los? Er bringt mich durcheinander. So war es schon immer. Ich kann nichts dagegen tun. So einer wie der macht euch nervös? Das verstehe ich nicht. Der ist doch nur ein Aufschneider, ein Großtuer. Er nimmt an, dass alle Frauen bei seinem Anblick sofort den Verstand verlieren. Tante Herat hätte ihn ein Nichtsnutz- und Tunichtgut genannt. Er ist ein selbstverliebter Schönling. Das kann doch jeder sehen, rief Mechthild empört und ratlos zugleich. Johanna sah sie schüchtern an und fragte sanft. Was habt ihr mit ihm vor? Oh, ich warte, bis Anselm wieder kräftig genug ist. Dann holen wir den Verräter aus seinem Loch und bringen ihn nach Köln zu Otto. Wenn es sein muss, den ganzen Weg mit meinem Schwert an der Kehle. Anselm wird als Held gefeiert und erhält von Otto als Belohnung ein Lehen, erklärte Mechthild fröhlich. Wisst ihr, was sie mit Verrätern machen? Sie werden ihn foltern, quälen und die Haut abziehen. Er wird schon ganz schlecht, wenn ich nur daran denke, flüsterte Johanna. So ist eben die Welt, so hat Gott sie gemacht. Ihr seid wirklich am besten in einem Frauengemach aufgehoben. Wartet hier. Als Mechthild zurückkam, hatte Johanna rot geweinte Augen und sie presste ihre Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. Mechthild hatte Mitleid mit ihr. Sie sagte versöhnlich, Ich habe ihm noch eine Decke hinuntergeworfen. Die Nächte können im Oktober schon sehr kalt sein. Hoffentlich merkt Salvatore nicht, dass ich sie aus dem Wagen genommen habe. Johannas Lippen öffneten sich und sie hauchte ein kaum hörbares Danke. Als sie sich dem Lagerplatz näherten, spürte Johanna, dass dort etwas nicht in Ordnung war. Er war, als ob etwas Grauenhaftes auf sie wartete. Erschrocken dachte sie an die heidnischen Götter, die hier seit Urzeiten lebten. Waren sie gekommen und hatten Salvatore und Anselm geholt? Mit zitternden Fingern krallte sie sich in Mechthilds Ärmel und flüsterte, Da stimmt etwas nicht. Irgendetwas ist geschehen. Ich fühle es ganz deutlich. Mechthild sah sie zweifelnd an und zischte, Wieder so ein verwirrter Geist unserer Vorfahren? Oder die heidnischen Götter? Dennoch duckte sie sich und suchte Deckung hinter den Tannen. Dann zog sie Johanna mit sich und spähte durch die dichten Zweige. Am Wagen stand ein Mann, der Johanna bekannt vorkam. Dieses wutverzerrte, rote Gesicht hatte sie schon einmal gesehen. Es war der Gefolgsmann des Ritters in der Bärenfalle. Sie erinnerte sich plötzlich, dass er ihn Gunther gerufen hatte. Gunther stieß gerade Anselm vor sich her. Der fiel mit einem Aufschrei auf die Knie, Versuchte sich mit zitternden Armen aufzustützen, Aber seine verletzte Schulter gab nach und er stürzte nach vorn in den Dreck. Er sah aus wie ein verwundetes Tier. Ich mag es nicht, wenn ein Befehl nicht zu Ende ausgeführt wurde, sagte Gunther triumphierend. Er zog sein Schwert und riss Anselms Kopf an den Haaren zurück. Anselms Augen glänzten vor Fieber und seine Lippen zitterten. Gunther holte mit dem Schwert aus. Nein, schrie Mechthild. Sie stürzte ihm entgegen und riss Johanna mit sich. Er senkte überrascht die Waffe und ließ Anselm los, der ohnmächtig zusammensackte. Ach, das Täubchen kommt auch noch angeflogen. Willst mit ihm sterben, das kannst du haben, brüllte Gunther und machte einen Satz auf sie zu. Johanna hatte das Gefühl, als ob sich alles drehte. Nur Mechthilds ruhige und sachliche Stimme bewahrte sie vor einer Ohnmacht. Dann muss auch dein Herr sterben. Er ist in einer Bärenfalle gefangen und nur ich kenne die Stelle. Er wird verhungern und erfrieren. Gunther sah sie zweifelnd an. Mechthild stemmte ihre Fäuste in die Seiten und legte den Kopf schief. Ihre Augen funkelten, als sie mit zuckersüßer Stimme fortfuhr. Dein Herr würde es dir befehlen. Sei ein guter Gefolgsmann und verdiene dir sein Lob. Gunther sah sich unsicher um. Da fiel sein Blick auf Johanna. Er überlegte einen Moment, dann traf er eine Entscheidung. In Ordnung. Euer Leben gegen das meines Herrn. Aber nur, wenn sie mit uns kommt. Er wies fordernd auf Johanna. Johanna blieb vor Schrecktem Mund offen stehen. Sie schwankte bedenklich. Fast wäre sie doch noch ohnmächtig geworden. Mechthild sah sie besorgt an und erwiderte, Sie ist krank, sieh doch. Sie kann sich kaum auf den Beinen halten. Sie schafft es nicht bis Köln. Gunther runzelte die Stirn. Johanna fiel auf, wie abgewetzt und verhungert er aussah. Sicher war er seit Tagen im Wald herumgeirrt und hatte seinen Herrn gesucht. Er straffte seine Schultern, als ob er sich größer und wichtiger machen wollte. König Philipp lagert nicht mehr vor Köln. Der Herzog befindet sich schon auf dem Weg nach Bonn. Und wir werden ihm folgen, selbst wenn ich sie den ganzen Tag tragen muss. Die Königin braucht sie. Der Helfer des Hofarztes hat mich dringend gebeten, Dame Johanna zu suchen. Mechthild wollte schon protestieren, da sagte Johanna. Ich gehe mit ihnen. Gunther nickte zufrieden. Mechthild zuckte ratlos mit der Schulter. Kurze Zeit später waren Mechthild und Johanna zum dritten Mal an diesem Tag auf dem Weg zur Bärenfalle. Mechthild beobachtete Gunther misstrauisch, der vor ihnen herging. Er hatte sich das dicke Seil über die Schulter geworfen, mit dem er seinen Herrn herausholen wollte. Seit er wusste, dass er bald am Ziel seiner Suche sein würde, schien er gut gelaunt zu sein. Er hatte Salvatore sogar geholfen, den bewusstlosen Anselm wieder in den Wagen zu heben. Nun reichte er Johanna ritterlich die Hand, um ihr über eine Baumwurzel zu helfen. Mechthild machte sich große Sorgen, ob Gunther Wort halten würde. Es gefiel ihr gar nicht, dass Johanna mit den beiden Männern reisen sollte. Sie fühlte sich, als hätte sie einen ungünstigen Handelsvertrag abgeschlossen. Bei diesem Handel würde Anselm auch kein Lehen von Otto zur Belohnung erhalten. Aus ihren Träumen wurde nun nichts. Immerhin hatte König Philipp Köln aufgegeben. All die Informationen über die Befestigung der Stadtmauer und ihre Bewaffnung nützten ihm vor Bonn nichts mehr. Sein getreuer Ritter würde kleinlaut und zu Fuß zu ihm zurückkehren. Allerdings mussten sie ihm dafür aus diesem Loch helfen, und sie mussten sich beeilen, da es bereits dämmerte. Ein heftiger Wind hatte eingesetzt und zerrte an ihren Kleidern. Gunther beugte sich über den Rand der Falle und rief seinen Herrn. Es kam keine Antwort. Er drehte sich vorwurfsvoll zu Mechthild um. Doch plötzlich kam ein schriller Schrei aus der Tiefe. Gunther? Oh, gerechter Gott! Wie hast du mich gefunden? Hol mich hier raus, beeile dich! Gunther war nun ganz der folgsame Knecht seines Herrn. Eifrig mühte er sich mit dem dicken Seil ab. Er befestigte es mit vor Aufregung zitternden Händen an einer kräftigen Baumwurzel und ließ es langsam hinunter. Doch lange Zeit ruckelte das Seil nur hin und her. Gottfried hatte Schwierigkeiten, nach oben zu klettern. Er schien nach den Nächten in der Falle sehr geschwächt zu sein. Seine zittrigen Hände konnten kaum das Seil festhalten. Seine Füße rutschten immer wieder an der nassen Erde ab, und er fiel zurück in die Tiefe. Oben konnten sie ihn stöhnen und fluchen hören. Gunther packte das Seil und zog mit aller Kraft. Er keuchte vor Anstrengung und musste seine Füße in den rutschigen Waldboden bohren. Als seine Hände schon weiß wurden und alles Blut aus ihnen gewichen war, hatte er es endlich geschafft. Schmutzige Hände und verfilztes braunes Haar tauchten aus dem Loch auf. Gunther griff nach den Schultern und zerrte ein dreckiges Bündel über den Rand. Dann lag ein atemloser Mann keuchend im nassen Laub und wurde vom ungewohnten Tageslicht geblendet. Er hielt sich schützend die Hand vor die Augen und versuchte zu Atem zu kommen. Die Tage in der feuchten Erde konnte man ihm deutlich ansehen. Mechthild hatte irgendwie erwartet, aus dem Loch würde der schöne und selbstbewusste Held kommen, der in Köln von ihr Abschied genommen hatte. Doch dieser Mann ähnelte dem Gottfried, den sie kannte, nicht im geringsten. Seine Kleidung war völlig verdreckt und er stank abscheulich. Die langen Haare hingen ihm strähnig und feucht um sein blasses und eingefallenes Gesicht. Nichts erinnerte mehr an den arroganten, braun gelockten Ritter, über den sie sich immer geärgert hatte. Gottfried versuchte aufzustehen und sog scharf die Luft ein, als sein linker Fuß den Boden berührte. Er schien verletzt zu sein. Gunther beobachtete ihn besorgt. Dann schlug seine Sorge in Zorn um. Er packte Mechthild grob am Arm, schüttelte sie und schrie, »Was hast du ihm angetan, du Hexe? Du hast nichts Besseres verdient, als in diesem Loch zu verhungern. Es ist nur gerecht. Gleiches mit gleichem Vergolten.« Sie schrie entsetzt auf, als er sie an den Rand der Bärenfalle schubste. Ihr lange Mantel verfing sich an einer Wurzel und sie verlor das Gleichgewicht. Sie krallte im letzten Moment ihre Finger in die feuchte Erde und blickte in das schwarze Loch unter ihr. »Johanna! Johanna!« Stoff raschelte und Hände in schwarzen Lederhandschuhen griffen nach ihr und zogen sie hoch. Johannas Stimme zitterte vor Angst und Anspannung, doch ihr Ton machte deutlich, dass sie keinen Widerspruch dulden würde. »Sie steht unter meinem Schutz. Wer ihr ein Leid zufügt, der muss sich vor König Philipp dafür verantworten.« Gottfried machte eine beschwichtigende Handbewegung in Gunthers Richtung und krächzte heiser. »Dame Johanna hat recht. Es war meine Schuld. Ich hätte achtsamer sein müssen. Nur ungeschickte Töpel stürzen in eine Bärenfalle. Jeder erfahrene Jäger erkennt die Zeichen des Waldes. »Und dir, Gunther, bin ich zu Dank verpflichtet. Du bist ein treuer Gefolgsmann und sollst deinen Lohn erhalten.« Gunthers Gesicht hatte sich bei den letzten Worten entspannt und er deutete eine Verbeugung an. »O Herr, ich verdiene euer Lob nicht. König Philipp hat mich geschickt, um euch zu suchen. Er war sehr zornig, beunruhigt. »Dame Johanna wird uns zurückbegleiten und ihre sichere Rückkehr wird ihn alles andere vergessen lassen.« Gottfried nickte zufrieden in Johannas Richtung. Mechthild verkniff sich jede Bemerkung über Verräter, die einen gescheiterten Auftrag hinter Frauenröcken versteckten. Sie drängte zum Aufbruch, da es immer dunkler wurde. Auf dem Rückweg mussten sie gegen den Wind ankämpfen, der durch den Wald fegte. Er brachte die Zweige zum Schwanken und raschelte durch das trockene, gelbe Laub. Es rauschte, als würden wirklich Götter im Unterholz flüstern. Gunther schleppte seinen Herrn mehr, als dass dieser selbst gehen konnte. Die beiden Männer würden die Nacht in Salvatores Lager verbringen müssen und erst am nächsten Morgen aufbrechen können. Salvatore fügte sich gelassen in dieses Schicksal. Er rührte dem humpelnden Ritter eine Salbe für seinen schmerzenden Fuß und wärmte ihm ein Kräuterbier. Danach war Gottfried schon wieder fast der Alte. Er befahl Gunther, ihm Wasser aus dem Fluss zu holen, damit er sich waschen konnte. Dann betrieb er eine aufwendige Körperpflege und wickelte sich sogar die Haare mit Grashalmen auf. Als das kleine Lager vollständig im Dunkeln lag, hinkte ein gut riechender und gesättigter Ritter zu seinem provisorischen Zelt. Er wünschte den Damen höflich eine gute Nacht und verschwand. Johanna wickelte sich in eine dicke Decke und setzte sich zu Mechthild ans Feuer. Sie hatten ihren provisorischen Unterstand diesmal windgeschützt unter den Tannen errichtet. Johanna war erleichtert, dass sie so weit entfernt vom Feuer der Männer schlafen würden. Sie musste immer daran denken, wie Gunther versucht hatte, Mechthild in die Falle hinunterzuwerfen. Er war ein gefährlicher Mann. Sie wunderte sich, wieso der Ritter ihn als seinen Knecht duldete. Mechthild stützte ihren Kopf in die Hände und seufzte. Ach, Johanna, der arme Anselm schläft unruhig. Unser Verehrer dagegen braucht nur ein bisschen Pflege und schon trägt er den Kopf hoch. Ich kann nicht glauben, dass ich einmal zugestimmt haben soll, diesen Kerl zu heiraten. Ich muss nur an die Interessen der Kleingedanks gedacht haben. Ich habe zum Glück meine Erinnerung daran bei einem Überfall verloren. Gott hat mich vor dieser Ehe bewahrt. Ein Überfall? Wie aufregend erzählt mir davon. Oh, Dame Richhilde und Dame Gisselbertha lieben solche Geschichten. Mechthild seufzte und sagte leise, meine Tante Herat wurde bei diesem Überfall getötet. Ein Stauferanhänger wollte verhindern, dass die Kölner fünf Säcke Silber nach Braunschweig brachten. Das Silber sollte Otto auf den Thron verhelfen und wurde von ihm und seinen Rittern erwartet. Ich begleitete die Gesandtschaft, um meinen Verlobten zu treffen. Bei dem Überfall wurde das Silber geraubt und ich konnte in den Wald entkommen. So fanden mich Ottos Männer, verwirrt und ohne Erinnerung. Und denkt euch, Gottfried, der Mann, der mir zur Ehe bestimmt war, war auch unter ihnen. Er hielt mich für eine Verräterin, war roh und brutal. Und später dann, als er von dem Ehevertrag erfuhr, da konnte er Honig süß daher schwatzen. Gleichzeitig umgarnte er euch, so ein Mistkerl. Seid ihr sicher, dass ihr mit ihm gehen wollt? Kommt doch mit uns nach Köln. König Otto nimmt euch vielleicht als Hofdame auf. Johanna sagte zögernd, erzählt mir von König Otto. Verdient er die Herrschaft im Reich genauso wie König Philipp? Ich meine, ist Otto weise, gerecht und edel? Ich hörte, er wurde in England erzogen. Ihr wollt wissen, ob es König Otto zusteht, das Reich zu regieren? Das sollen andere entscheiden. Der Papst in Rom wird darüber urteilen müssen. Ich weiß, dass der Welfe Otto bestimmt nicht edel und weise ist. Sein englischer Onkel hat aus ihm einen selbstgefälligen Haudegen gemacht. Das kommt davon, wenn man jungen Rittern die Erziehung kleiner Jungen überlässt. Sie machen hirnlose Kämpfe aus ihnen. Ihr sprecht von Richard Löwenherz, nicht wahr? Ich kenne ihn gut. Mechtelt gab einen ungläubigen Schnaufer von sich und Johanna beeilte sich zu erklären. Meiner Königin erschien er im Traum. In Triefels, dort wo Richard ein Jahr in Gefangenschaft ausharren musste, hat es angefangen. Seit sie dort war, träumt sie davon, dass er ihr den Untergang der Staufer prophezeit. Blutige Bilder begleiten die Träume, sie rauben ihr fast den Verstand. Nur meine Heilkraft kann die Traumbilder verscheuchen. Ich lege meine Hände auf ihre Stirn und sie ziehen als verzerrte Nebel durch meinen Kopf. Ihr könnt Richard Löwenherz sehen? Heilige Jungfrau, das ist Teufelswerk! Johanna richtete sich auf und rief fast verzweifelt. Oh, sagt so etwas nicht! Nur durch meine Heilkraft kehrt Frieden ein am Staufischen Hof. Gott hat mich ausersehen, um die Königin zu besänftigen. Mit ihren Träumen und Visionen beunruhigt sie den König und hemmt seine Entschlossenheit, gegen Otto vorzugehen. Die Träume sind Teufelswerk und nicht meine Heilkraft. Gunther hat recht. Ich muss zurück zu Philipps Tross. Ich werde dort gebraucht. Es ist nicht nur wegen der Königin und ihrer Träume, nicht wahr? Es ist wegen dieses anderen Mannes, der nach euch sucht, oder? Johanna spürte, wie sie errötete. Wieso wusste Mechtelt immer viel mehr als sie selbst? Es war beunruhigend. Von Konrad konnte sie doch gar nichts wissen. Sie selbst hatte bis jetzt noch nicht einmal geahnt, dass sie auch wegen Konrad zurück wollte. Nun, wo Mechtelt es ausgesprochen hatte, schien es ihr plötzlich möglich. Ja, dachte Johanna verwundert. Sie vermisste Konrad. Nachdenklich blickte Johanna in die zuckenden Flammen. Plötzlich wurde ihr klar, wie ungern sie Mechtelt verließ. Viel überschwänglicher, als sie wollte, rief sie. Ich hatte noch nie eine Freundin wie euch. Ich werde euch nie vergessen. Wir bleiben doch Freundinnen. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Ewig kann dieser Streit um die Krone ja nicht dauern. Ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr euch von Gottfried fernhaltet. Das versuche ich ja. Ich verstehe selbst nicht, weshalb ich in seiner Anwesenheit so anders werde. Er berührt irgendeine dunkle Seite in mir. Er lockt mich mit seinen Worten und Blicken. Genau wie der Drache auf der Altardecke. Er hatte Richards Gesicht und flüsterte mit mir. Ich konnte ihn nur abwehren, indem ich ihn mit Feuer bekämpfte. Aber er hat sich gerecht und meine Hände verbrannt. Ihr habt gegen einen Drachen gekämpft? Dann seid ihr ja mutiger als ich. Ich laufe nur immer vor ihnen davon. Seit dem Frühjahr suche ich meine verlorenen Erinnerungen und begegne immer nur Drachen. Statt zu kämpfen, laufe ich weg, seufzte Mechthild. Alles, was ich wiedergefunden habe, ist so verwirrend. Johanna schwieg und lauschte den Geräuschen des Waldes. Eine Sturmbö jagte durch das Lager und brachte die wackeligen Zelte zum Schaukeln. Es rauschte in den Bäumen und im Wald knackten die brechenden Äste. Blätter wurden über den Platz gewirbelt. Im Wald stimmten Wölfe in das Sturmgeheul ein. Johanna schauderte. Es war, als ob die alten Götter ihre Macht zeigen wollten. Mechthild kroch unter dem Verdeck hervor, richtete sich lachend auf und rief gegen den Wind, Die Drachen fliegen und die Löwen brüllen, doch wir werden sie niedertreten. Johanna zuckte erschrocken zusammen, doch dann beugte sie sich vor und holte Tiefluft. Wir werden die Dunkelheit und die Drachen besiegen. Ihr Ruf schallte laut und unheimlich durch die schwarze Nacht. Vögel wurden aufgeschreckt und flogen kreischend auf. Mechthild lachte zufrieden und kroch dann wieder zu ihr in den Unterstand. Johanna zerrte entschlossen ihren Handschuh ab und zog sich den Silberring vom Finger. Ich gebe euch euren Ring zurück. Ich werde diesen Mann niemals heiraten, egal ob er Wolfram heißt oder Gottfried. Das schwöre ich beim Rat der heiligen Katharina. Der Helfer des Hofarztes hat mir einen Antrag gemacht. Ich kann ihn nicht annehmen. Konrad ist kein Ritter. Er besitzt kein Land und ist nicht von Stand. So einer ist kein Mann für eine Hofdame der Königin. Wenn die Dinge anders lägen. Gott hat es nicht gewollt. Mechthild nahm den Ring und versuchte ihn an den gewohnten Finger zu stecken, doch er war plötzlich zu eng. Sie runzelte irritiert die Stirn und steckte ihn an den kleinen Finger. Nun saß er zu locker. Nervös drehte sie den Ring und sagte, jeder ist besser als Gottfried von der Heide. Er hatte gar kein Recht auf diesen Ring. Wartet, ich gebe euch dafür meine Gürtelschwange. Sie soll euch an diese Nacht erinnern und an euren Schwur. Niemals diesen Gottfried. Schwert es mir. Niemals Ritter Gottfried. Mechthild löste die silberne Spange mit den verschlungenen Schlangen von ihrem Gürtel und legte sie Johanna in den Schoß. Johanna fuhr an den silbernen Schlangenkörpern entlang und flüsterte, Niemals Ritter Gottfried, Niemals. Gott helfe mir. Ich werde die Spange als Erinnerung daran immer tragen. Sie ist wunderschön gearbeitet. Bestimmt aus dem Norden. Ich habe ähnlichen Schlangenschmuck auf dem Markt gesehen. Eine erneute Böe löste ein Tuch vom Verdeck des Wagens am anderen Ende des Platzes. Es wurde in ihre Richtung gepeitscht. Wie ein tanzendes, zappelndes Ungeheuer raste es auf sie zu. Johanna vergrub erschrocken ihren Kopf in Mechthilds Schoß. Mechthild grub ihre Finger in ihre Haare und flüsterte, Psch, es ist nur der Wind. Ich singe ein Lied für euch. Das wird euch ablenken. Ich habe es auf dem Heumarkt von einem Fahrenden gelernt. Es ist ein Liebeslied im besten Deutsch über einen Dichter, der einem Bauernmädchen nachstellt. Das kenne ich. Es ist von Walter von der Vogelweide. Er lebt an Philipps Hof und wird sich freuen zu hören, dass seine Lieder in Köln gesungen werden. Mechthild begann mit lauter Stimme gegen den Wind anzusingen. Ohne darüber nachzudenken, hatte sie dabei ihre Hand auf Johannas narbiger Hand gelegt. Der Handschuh lag irgendwo in der Dunkelheit. Johanna hatte keine Lust, nach ihm zu suchen. Sie schloss müde die Augen und lauschte der schönen Stimme. Am nächsten Morgen hatte sich der Sturm gelegt, doch es war eine unruhige Nacht gewesen und niemand hatte gut geschlafen. Johanna wühlte sich gähnend aus Mechthilds Armen. Sie weckte sie nicht, sondern zog leise ihren Handschuh über und schlich hinter den Unterstand. Nachdem sie sich erleichtert und sich zwei Zöpfe geflochten hatte, ging sie zu Salvatore. Salvatore begutachtete schlecht gelaunt den Schaden, der an seinem Wagen entstanden war. Er zerrte hier und da ein Seil fest und schlug ein paar Nägel in das morsche Holz. Er sah auf und schien erfreut zu sein, sie zu sehen. Bene, der Ritter heute fort, fort. Oh, er böse Mann und Belladonna mit ihm gehen, das nicht gut. Bella bleiben und Salvatore und Giacomo begleiten. Große Sensatione auf den Märkten mit Magica in die Hände. Johanna schüttelte bedauernd den Kopf. Er würde es nicht verstehen. Sie musste zurück zu Philipps Tross. Sie gehörte zu den anderen Hofdamen, den bunten Zelten, den Liederabenden, den Stickrahmen und natürlich zur Königin. Salvatore nickte enttäuscht und griff nach einem Korb. Er legte ein Stück Ziegenkäse und einen kleinen Krug Wein hinein und reichte ihn ihr. Sie wusste, dass es seine letzten Vorräte waren und fühlte sich gerührt. Eine verschlafen, wirkende Mechthild mit zerzausten Haaren kam zu ihnen herüber. Sie hatte ganz kleine, rote Augen und nuschelte. Seht ihr den? Dieser eitle Gockel. Er spaziert schon wieder durch das Lager und macht sich wichtig. Er humpelt nur noch ein ganz klein wenig. Es ist das Einzige an ihm, was an die Falle erinnert. Mit seinen braunen Locken hat er auch sein Selbstbewusstsein wiedergewonnen. Oh, ich ertrage diesen Kerl nicht. Es schien Johanna, als hätte Gottfried sie gehört, denn er schlenderte zu ihnen herüber. Dame Johanna, gut, dass ihr erwacht seid. Gunther hat alles zusammengepackt, wir können. Johanna war sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob sie mit ihnen gehen sollte. Sie wäre viel lieber bei Salvatore und Mechthild geblieben. Gunther führte die gefleckte Stute zu ihnen herüber. Mechthild sprang zu ihm, griff nach den Zügeln und rief empört, Oh nein, nicht an Selms Pferd. Ihr könnt es nicht einfach mitnehmen, ihr habt kein Recht dazu. Gottfried grinste, nahm ihr die Zügel weg und tätschelte das nervöse Pferd beruhigend. Wir können seinen Besitzer bedauerlicherweise nicht um Erlaubnis bitten. Doch richtet ihm unseren Dank aus. Nun beruhigt euch, es ist nicht zu ändern. Wie sollen wir es sonst zu Philipp schaffen? Das Maultier nehmen wir auch mit. Salvatores Maultier? Das ist unmöglich, wie sollen wir zurück nach Köln kommen? Zurück nach Köln, um Otto einen Verräter zu melden? Nein, ihr seid hier sehr gut aufgehoben. Gottfried beugte sich höflich zu Johanna und bot ihr seinen Arm an. Kommt, ihr nehmt das Pferd, es steht euch zu. Ich werde den Maulesel nehmen und Gunter läuft, so ist alles geregelt. Wenn es nicht um Johannas Wohl ginge, würde ich euch in Stücke reißen, zischte Mechthild. Johanna seufzte unglücklich, erhob sich und zog ihren Schleier aus ihrem Gürtel. Mechthild half ihr, das feine Tuch über ihrem Haar festzustecken. Als sie fertig war, trat sie prüfend ein Stück zurück und sagte kritisch, »Ihr solltet das Haar lieber offen tragen. Mit hochgesteckten Zöpfen seht ihr wie eine alte Jungfrau aus.« »Ich finde alte Jungfrauen eigentlich ganz nett,« erwiderte Johanna lächelnd. Mechthild umarmte sie heftig und flüsterte ihr ins Ohr, »Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.« »Ich werde es mir merken, Gott mit euch.« Gottfried half Johanna auf das Pferd und schwang sich auf das Maultier. Er drehte sich am Waldrand noch einmal um. »Dame Mächtelt, wie schade, dass aus unserer Verbindung nichts geworden ist. Es wäre sicher sehr amüsant geworden. Gefährliche Raubtiere sollte man zähmen oder einsperren. In der Bärenfalle habt ihr mir am besten gefallen,« rief sie zurück. Gottfried lachte. Es klang eher stolz als verärgert. Johanna sah ihn ängstlich von der Seite an. Sie würde sich etwas einfallen lassen müssen, um dieses gut aussehende Raubtier zu bezwingen. Bis sie Philipps Heerlager erreichen würden, lagen noch viele Nächte vor ihnen. Johanna überlegte, was Mechthild an ihrer Stelle tun würde. Da kam ihr ein Gedanke und sie lächelte zufrieden. Sechstes Kapitel Zwei Könige sind unschlüssig in der Politik, aber sie zeigen sich großzügig. Oktober 1198 in Köln Jan von Kleven saß in einem Wirtshaus und konnte den herrlichen Wein nicht genießen. Der Rheinwein wäre ein guter Grund gewesen, seinen Aufenthalt in Köln zu verlängern. Doch saß er nicht zum Vergnügen im Gasthof zur römischen Amphore. Man hatte ihn hierher bestellt und nun musste er auch noch warten. Das Wiedersehen mit der jungen Kaufmannstochter am Hahnentor hatte ungeahnte Folgen gehabt. Er war in die große Politik hineingeraten und das war sehr unangenehm. Als Fremder in einer Stadt sollte man besser nicht auffallen. Immerhin war es ein guter und beliebter Gasthof. Hier verkehrten viele Angehörige der großen Handelshäuser. Er beobachtete fasziniert drei vornehm gekleidete Kaufleute, die am Nebentisch einen Handel abschlossen. Sie hatten ihre Mäntel nicht abgelegt. Es wirkte, als würden sie jeden Moment aufspringen und zu einem wichtigen Geschäft eilen. Die Pelze an ihren Krägen waren so dick, dass sie ihnen bis zu den Ohren reichten. Einer der Herren trug an jedem Finger einen unglaublich großen Goldring. Seine Finger waren wie zum Zupacken gespreizt, und er klopfte bei jedem Wort damit gegen die Tischplatte. Ihre Stimmen senkten und hoben sich im Eifer des Gesprächs. Ihre rheinländische Melodie klang in seinen Ohren weich und schmeichelnd. Wortbrocken wehten zu ihm herüber. Wechselbrief, Verlustminimierung, Kontorgewinn. Er war so hingerissen von ihnen, dass er fast den eigentlichen Grund seines Besuches vergaß. Als er ihm wieder einfiel, schweiften seine Augen unruhig im Raum umher. Sie glitten über eine Gruppe junger Männer, die sich über ein Würfelspiel beugten, hasteten über die pickligen Lehrlinge, die über einem Kräuterbier wisperten und kicherten. Dann blieben sie am goldenen Ohrring eines südländisch wirkenden Mannes hängen. So unterschiedlich die Männer auch waren, sie hatten alle eines gemeinsam. Genau wie er hatten sie Griffel, Wachstafeln und dicke Geldbeutel am Gürtel hängen, die Kennzeichen eines Kaufmannes. Die Männer, auf die er wartete, hatten jedoch wahrscheinlich eher ein Schwert Gehänge um. Ihm war gar nicht wohl, wenn er daran dachte. Den Umgang mit Rittern war er nicht gewöhnt. Diese Kaufmannstochter war schuld daran. Seiner Frau würde das gar nicht gefallen. Die junge Frau steckte immer, wenn er sie traf, in Schwierigkeiten. Allerdings waren es diesmal nicht nur zwei leicht zu beeindruckende Schlägertypen gewesen, wie damals auf dem Marktplatz, sondern die Männer des Königs. Gleich nachdem sie fort war, waren sie erschienen und hatten das Hahnentor umstellt. Er hatte keinen anderen Ausweg gesehen, als ihnen von seinen Beobachtungen zu berichten. Drei Stunden hatten sie ihn verhört worden, sie hatten ihn gehen lassen. Allerdings hatte er zuvor schwören müssen, dass er innerhalb der Stadtmauern bleiben würde. Diese ganze Angelegenheit war äußerst lästig. Jan nippte an seinem Wein. Das mussten sie sein. Der Anblick verbesserte seine Laune nicht gerade. Im Gegensatz zu den prächtig gekleideten Kaufleuten wirkten die beiden Ritter schmutzig und abgerissen. Ihre Schwertgehänge waren das Einzige an ihnen, was nicht staubig war. Wahrscheinlich putzten ihre Knappen sie so emsig, dass keine Zeit für die Kleidung blieb. Die fleckigen Gewänder mussten dringend geflickt werden. Die einstmals wertvollen Borten lösten sich vom Saum. Die schmutzigen Wollmäntel über ihren Armen sahen aus, als würden Mäuse sie als Schlafplatz verschmähen. Jan sah sich verlegen um und bemerkte, dass alle anderen Gäste die beiden Ritter anstarrten. Sie hatten ihre Gespräche abgebrochen. Es war ganz still geworden. Gleich würden sie wissen, dass die beiden schmuddeligen Bewaffneten zu ihm wollten. Der Stämmigere von beiden hatte buschige Augenbrauen und einen ungepflegten Bart. Er blickte sich mit mürrischer Miene um. Es war höchste Zeit, sich zu erkennen zu geben. Jan stand etwas widerwillig auf und winkte ihnen. Sie riefen dem Wirt noch eine Bestellung zu und setzten sich dann ohne Gruß an seinen Tisch. Der stämmige Ritter klopfte auf seinen Schwertgriff und musterte ihn mürrisch. Die Augen des Jüngeren waren auf die Pelzkrägen der Kaufleute gerichtet. Sie sagten beide kein Wort. Schließlich konnte Jan ihr Was wollt ihr von mir? Ich habe der Stadtwache alles gesagt, was ich weiß. Es war, als hätte er einen Bann gebrochen. Plötzlich setzte der Lärm im Schankraum wieder ein und jeder wandte sich seinem Tischnachbarn zu. Das vertraute Gemurmel beruhigte ihn etwas. Der Ausdruck im Gesicht des stämmigen Ritters gefiel ihm allerdings gar nicht. Der Torwächter hat auf der Beschreibung. Mal ist der Spion groß und blond, dann wieder klein und schwarzhaarig, je nachdem, wer ihn verhört, knurrte der bärtige Ritter. Der jüngere Ritter beugte sich vor und suchte seinen Blick. Würdet ihr den fraglichen Mann wiedererkennen? Nicht nur König Otto, sondern auch Erzbischof Adolf von Köln würde sich äußerst großzügig zeigen. Seit langem vermutet er, er seine Beziehungen zu den Kölner Kaufleuten für euch spielen lassen. Ich habe doch schon erklärt, dass die junge Frau ihn wiedererkannt hat. Sie wird euch weiterhelfen. Der Wirt kam und stellte einen großen Krug Wein auf den Tisch. Der junge Ritter schob ihn zu seinem Begleiter und sagte nachdenklich, Mechthild Kleingedank, sie ist verschwunden. Wir waren schon bei ihrem Vater. Sie wollte Köln offenbar verlassen und hat ihm einen Abschiedsbrief hinterlassen. Dieser Brief belastet Anselm den Schreiber. Sie wollte anscheinend mit ihm fortgehen. Es sieht nach einer gemeinsamen Flucht aus. Jan fühlte sich, als wäre eine riesige Last von seinen Schultern genommen worden. Sie wussten sogar schon, wie der Mann hieß. Sie brauchten ihn gar nicht mehr. Dann ist doch alles in Ordnung. Ihr habt euren Verräter und ich kann wieder zurück nach Braunschweig, rief er erleichtert und wollte aufstehen. Sollte die Kaufmannstochter spionieren, so viel sie wollte. Die anderen Gäste sahen schon wieder zu ihnen herüber. Niemand in Köln würde ihn mehr als Handelspartner akzeptieren. Der bärtige Ritter hielt ihn an der Schulter fest und schüttelte ihn heftig. Er brüllte Niemand nennt Anselm einen Verräter, schon gar nicht so eine Krämer Seele wie ihr. Die drei vornehmen Kaufleute schauten irritiert zu ihnen herüber. Der jüngere Ritter machte eine beschwichtigende Geste und erklärte einlenkend Anselm ist unser Freund. Wir wollen seine Unschuld beweisen und ihr müsst uns dabei helfen. Wie kann ich das? flüsterte Jan eingeschüchtert. Anselm nach ihnen absuchen. Vielleicht stoßen wir dabei auf den Verräter. Nur ihr habt ihn gesehen. Darum werdet ihr uns begleiten. Aber ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Es handelt sich um einen Befehl des Königs. Wir brechen sofort auf, brüllte der aufbrausende Ritter und schlug mit der Hand auf den Tisch. Es schepperte und der Wein schaukelte in Bechern und Krügen. Jan wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich diesem Schicksal zu fügen. Der jüngere Ritter griff nun zum ersten Mal nach einem der Becher und schwenkte ihn in Jans Richtung. Auf eine erfolgreiche Suche, möge der richtige Verräter büßen. Ach übrigens, ich bin Dietrich von Utrecht und das ist Bernhard von Paderborn, treue Vasallen des Königs. Jan von Kleven aus dem Braunschweiger Hagen. Meine Familie ist Heinrich dem Löwen zu Dank verpflichtet. Wir haben nach der Flut in Holland gnädige Aufnahme in seiner Stadt gefunden. Sein jüngster Sohn Otto ist der einzig wahre König für das Reich. Jeder, der ihn verrät, muss dafür sterben. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Gott ist mein Zeuge. Oktober 1198 vor Andernach Johanna ritt auf Anselms gefleckter Stute neben Gottfrieds Maulesel und blickte die Straße hinunter. Was als kleiner schwarzer Fleck am Horizont begonnen hatte, war keine verirrte Regenwolke, es waren Rauchschwaden. Je näher sie kamen, desto höher wuchsen die grauen Säulen in den Himmel hinein. Andernach brennt, erkannte Johanna entsetzt. O Herr, erbarme dich. Brennende Städte, wohin sie sich auch wandten. König Philipps Herzog hinterließ immer größere Spuren der Verwüstung. Fliehende Menschen auf den Straßen mit verrusten Gesichtern und verkohlten Kleidern. Mit ihrer Habe auf den Schultern flohen sie vor den plündernden Soldaten. Mütter hatten verstörte Kinder bei sich und bettelten um ein Stück Brot. Johanna hatte die letzten Tage unzählige niedergebrannte Scheunen am Wegrand und abgefackelte Lehnshöfe gesehen. Die Bilder verfolgten sie in ihren Träumen. Die Suche nach Philipps Tross wurde zu einem Zug durch einen brennenden Albtraum. Johanna vergaß all ihre eigenen Sorgen. Sie verstand plötzlich, was zwei gekrönte Könige für das Reich bedeuteten und flehte jede Nacht darum, dass Gott dies enden ließe. Ein Reich brauchte nur einen König, vernichtenden Entscheidungsschlacht, die Gundas Traum vorhergesagt hatte, war es nicht gekommen. Doch dies war fast noch schlimmer. Die beiden Könige zogen durch das Land und brannten Städte nieder. In was für unseligen Zeiten lebten sie? Johanna konnte gar nicht begreifen, wie der besonnene Philipp so etwas tun konnte, ihr gütiger, sanfter König, der sich so liebevoll um seinen Hengst gesorgt hatte. Sichersten sei, die Stadt zu umgehen. Johanna hatte das erwartet. Um Bonn und Rehmagen hatten sie bereits einen großen Bogen machen müssen. Sie schliefen in provisorischen Zelten und hatten mit jedem neuen Tag größere Probleme etwas Essbares zu finden. Salvatores Ziegenkäse war längst aufgebraucht. Gunther hatte immer öfter sein Schwert eingesetzt, um mit Gewalt etwas Essbares zu beschaffen. So hatte er einen Leibeigenen bedroht und ihm ein Schwein weggenommen. Johanna war verstört gewesen, hatte jedoch von dem Fleisch gegessen. Sicher würde sein Herr den Mann hart bestrafen. Sie hatte so gehofft, dass sie in Andernach endlich zu Philipps Zug stoßen würden. Enttäuscht blickte sie noch ein letztes Mal auf die Rauchwolken über der Stadt. Sie kamen ihr bedrohlich und unheilbringend vor. Gottfried spürte anscheinend, wie niedergeschlagen sie war. Während sie in einen kleinen verwilderten Weg einbogen, lenkte er seinen Maulesel ganz dicht zu ihr heran. Sie rechnete damit, dass er damit beginnen würde, sie mit einer lustigen Begebenheit aus seiner knappen Zeit aufzumuntern. Das hatte er die letzten Tage immer getan. Er hatte keinen Ton über die brennenden Städte, die verkohlten Ritter verhalten, wenn er eine Dame zu einem vergnüglichen Fest begleitete. Sie war sich nicht sicher, ob er sie nur ablenken wollte, oder es für sinnlos hielt, über etwas zu sprechen, was sie sowieso nicht verstehen würde. Wie ein Ritter im Männedienst schmeichelte er ihr mit Blicken und war höflich und galant. Während der Abende im provisorisch errichteten Zeltlager war er immer höflich und zuvorkommend. Er hatte mit ihr am Feuer über französische Dichtung parliert und ihr die zartesten Stücke vom Fleisch offeriert. Überrascht hatte sie festgestellt, dass er witzig sein konnte. Seine kleinen Geschichten waren richtig amüsant und humorvoll. Oft konnte sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sie hatte erleichtert festgestellt, dass ihm dieser Lohn zu genügen schien. Gottfried seufzte schwer und holte Tiefluft. Sie nahm an, dass er gleich damit beginnen würde, etwas Unverfängliches zu erzählen. Seine Erlebnisse waren im Gegensatz zu Konrads lustigen Liedern rau und roh, doch sah er sie dabei immer so verschmitzt mit seinen hübschen braunen Augen von der Seite an, dass es ihm oft wirklich gelang, sie den Schrecken um sich herum vergessen zu lassen. Diesmal wurde immer einsamer und der Pfad immer schmaler. Bald konnten sie nur noch hintereinander reiten. Überraschend schnell setzte die Dämmerung ein. Gottfried begann damit, sich nervös umzublicken. Offensichtlich hielt er nach einem geeigneten Lagerplatz für die Nacht Ausschau. Plötzlich stieg er ab und schob ein paar Büsche zur Seite. Hinter dem Gehölz bildeten ein paar niedrige Büsche einen geschützten Platz. Vorsichtig führte er die Tiere durch die Äste und schritt langsam das kreisförmige Stück ab. Johanna hatte ein seltsames Gefühl, als sie ihn dabei beobachtete. Es schien ihm diesmal besonders wichtig zu sein, wo das Holz für ein Feuer aufgeschichtet und das provisorische Zelt aufgebaut werden sollte. Sie stieg ab und sah sich um. Der Waldboden war sehr felsig, doch das Laub auf dem Boden trocken. Sie befürchtete, dass es hier keine Wasserstelle geben würde. Misstrauisch hörte sie, wie Gottfried Gunther befahl, die Nacht auf dem Pfad vor den Büschen zu verbringen und Wache zu halten. Das hatte er noch nie getan. Jede Nacht war Gunther in seiner Nähe gewesen. Während Gunther damit begann, ein Zelt aus Tüchern und Ästen vor und eins hinter den dichten Zweigen zu errichten, griff Gottfried in den kleinen Korb. Er angelte sich Salvatore des kleinen Weinkrug heraus, den sie für Heilungszwecke hatte aufbewahren wollen. Er warf ihr einen provozierenden Blick zu, setzte sich ins Laub und nahm den Deckel vom Krug. Während er trank, ließ er sie nicht aus den Augen. Er kam ihr seltsam verändert vor, so als wäre der lockere, humorvolle und Gunther fortschickte, machte ihr Angst. Sie spürte, dass er in dieser Stimmung ihrer Tugend gefährlich werden könnte. Johanna erklärte, dass ihr kalt wäre und zog sich früh zum Schlafen unter ihre Tücher und Decken zurück. Es war eine eiskalte Vollmondnacht. Das Feuer war fast erloschen und das fahle Licht schien durch die löchrigen Zelttücher hindurch. Sie konnte die Männer beim Würfelspiel lachen hören. Sie saßen in Gunthers Zelt auf dem Pfad hinter den Büschen. Ihr Lachen klang bedrohlich, so als würden sie über sie lachen. Sie zog den Mantel noch ein Stück weiter über ihren Kopf, um sie nicht mehr hören zu müssen. Doch sie lag mit weit geöffneten Augen da und konnte nicht einschlafen. Nach einer Weile stand sie leise auf und setzte sich mit übereinander geschlagenen Beinen vor das Zelt. Sie stützte das Gesicht in die Hände, starrte in den Sternenhimmel und wartete. Johanna musste ziemlich lange warten. Als die Männer sich endlich trennten, war sie steif und durchgefroren. Die Nacht war so hell, dass sie Gottfrieds erstauntes Gesicht deutlich erkennen konnte. Sicher hatte er damit gerechnet, dass sie schon schlafen würde. Er kam durch diese graue, unwirkliche Welt auf sie zu. Seine Bewegungen erschienen ihr langsam und unnatürlich, als würde er schweben. Johanna, ist alles in Ordnung? Er hockte sich neben sie und sah sie prüfend an. Er hielt den Kopf schief und seine braunen Locken fielen ihm ins Gesicht. Der Wein und das Würfelspiel hatten seinen Blick weich gemacht. Er sah sie so durchdringlich an, dass sie schauderte. Es waren die funkelnden Augen, die seine humorvollen Erzählungen begleiteten. Es waren die leuchtenden Augen, mit denen er ihren Ausführungen über französische Dichtung lauschte und ihr das Fleisch kleinschnitt. Die braunen Augen schienen sie auf zu fordern näher zu kommen. Sie lockten, warben und umgarnten. Es waren so herrliche dunkelbraune Augen. Sie stellte sich vor, dass sie wie ein Igel ihre Stacheln aufstellen musste, um ihnen zu widerstehen. Ich schlage euch einen Handel vor. Was? Mitten in der Nacht? Was soll das für ein Handel sein? Ein Eheversprechen? fragte er irritiert. Ich biete euch mein Schweigen an. Ich werde nicht erzählen, dass ihr aus eigener Unachtsamkeit in eine Bärenfalle geraten seid. Ich werde nicht erzählen, dass zwei Frauen euch dort gefangen gehalten haben. Ich werde nicht erzählen, dass ihr von Gunther befreit werden musstet. Gottfried hatte den Kopf gesenkt und sie konnte seine schnellen Atemzüge hören. Er hatte die Hände so zu Fäusten geballt, dass die Knöchel weiß hervortraten. Um kein Mitleid mit ihm zu bekommen, fuhr sie schnell seid ihr gekommen und habt mit eurem Schwert tapfer gegen ihren Anführer gekämpft. Nach meiner Befreiung habt ihr dafür gesorgt, dass ich zu Kräften kommen konnte. Als ich wieder reisefähig war, da war der Herzog schon fortgezogen. Nur eure Ritterlichkeit hat verhindert, dass König Philipp seine Informationen rechtzeitig bekommen hat. Gottfried sah auf, seine Fäuste lösten sich aus der Verkrampfung und sein wundervoller Plan. Ihr seid nicht nur sanft und hübsch, sondern auch sehr klug. Er wollte sie an sich ziehen, doch sie hob abwehrend die Hände und sagte ruhig, das war erst ein Teil der Abmachung und der andere, ihr rührt mich nicht an, weder heute Nacht noch in irgendeiner anderen Nacht. Sie konnte den Ausdruck auf seinem Gesicht nicht deuten, es war eine Mischung aus Erleichterung und verletztem Stolz. Ich werde euch nicht anrühren, es sei denn, ihr wünscht es. Wir müssen Gunther einweihen, aber nur in den ersten Teil, er hält mich sonst für einen Versager. Jeder wird euch für einen ehrenvollen Ritter halten, wenn ihr die gerettete Dame achtet. Sie stand auf und unterdrückte ein Gähnen. Als sie sich zum Zelt wandte, um endlich zu schlafen, hörte sie ihn zerknirscht murmeln, ich achte die Dame. Johanna musste sofort eingeschlafen sein. Das nächste, das sie wahrnahm, war ein Geruch. Es roch plötzlich intensiv nach einer Mischung aus Harz und Ruß, Schweiß und Wein. Sie wachte nicht richtig auf, sondern träumte einfach weiter. Sie war im Stall und streichelte den Hengst des Königs. Verwundert fragte sie sich, wieso sich Safadins Mähne so weich anfühlte. Dann wurde ihr plötzlich klar, dass sie Gottfrieds Haare streichelte. Erschrocken setzte sie sich auf und stieß ihn von sich. Nicht aufhören, murmelte Gottfried und zog sie wieder an sich. Sie spürte seine Hände unter ihrem Manteltasten und schloss für einen Moment die Augen. Sie sah den Drachen aus der Margaretenlegende vor sich. Groß und verführerisch richtete er sich aus Engeltruds Altardecke auf. Sie hatte große Lust, dem lockenden Drachen einfach nachzugeben. Doch der Drache neben ihr war keine Sagengestalt, sondern ein nach Wein stinkender und schwer atmender Mann, der log, betrog und keine Skrupel hatte, der sich mal Wolfram und mal Gottfried nannte. Egal wie er hieß, was seine Hände da machten, fühlte sich sehr gut an. Nur wenn ihr es wünscht, flüsterte dieser Mann sanft in ihr Ohr. Sie versuchte ihre Stacheln aufzustellen, doch da waren keine Stacheln mehr.